Ich bin jetzt noch mal kurz weiter gefahren, denn ganz hier in der Nähe war noch ein anderes Projekt von uns. Die Baustelle hat leider schon zu, aber... Du bist eingebrochen. Korrekt, ich bin auf den Bau eingebrochen. Hier ist eine Wohnung, wir stehen quasi auf der Terrasse und da drüber die Wohnung auch. Da kann man echt viel schon sehen. Und du kriegst von mir einen Fünfer, wenn du jetzt da drauf kletterst. Echt jetzt? Ja. Habe ich wirklich selten so ein leichtes Geld verdient, wenn ich sage... Wenn du dich jetzt hin maulst... Noch eins höher. Auf gar keinen Fall. Das gibt dann einen Zehner. Vor kurzem haben wir auch noch eine andere Wohnung gekauft. Was machst du da? Baustellen-Surfing. Geil. Ja, die ist auch hier in der Nähe und da waren wir noch nie. Und da schauen wir jetzt auch mal kurz vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bist du dir bewusst, dass wir gerade an einer Bushaltestelle stehen? Ich esse eine Pistate. Noch eins höher. Das gibt dann jeder. Wir hatten nämlich gerade einen Termin. Esst du die, mein Schaf? Nein, ich pell die. Im Mund? Ja. Gibt nicht. Das hat sich in der Schale verankert.